Wird Unreal 5 einen Einfluss in der Zukunft haben oder ein Unschein? Wir machen einen Einführungskurs in Unreal, wir machen einen Einführungskurs in Unity. Was du nutzen willst, kannst du gerne nutzen. Wir machen in Spieltechnik Unity deswegen, weil man dann einfach auch C-Sharp programmieren kann und dann noch programmieren lernt und trotzdem eine Engine hat. Und das ist bei Unreal Engine halt nicht so geil. Da hat man so viel Interface-Zeug, aber später könnt ihr Unreal nutzen.